Professor Kankowal, will Sie vielleicht wissen, und hat meine Wirklichkeit gelesen, dass die Eurensteins ersten waren, die mit einem steuerbaren Fluggerät gestohlen wurden, dem vorabsten Freitag. Ich muss nur jetzt sagen, wir haben gesagt! Vielleicht dürfen Sie, wie damals die Eurensteins, auch angeboten werden, aber es ist nicht sicher. Lande werden Sie gemeinsam mit meiner Reizung, das ist gut. Können Sie mit unseren Sicherheitsvorkehrungen vertraut machen und bitten um Ihre Aufmerksamkeit, um den Einsteigevorgang zu beschleunigen, gehen Sie bitte bis zum letzten freien Platz in Ihrer Reihe. Brüder, möchten Sie bitte, Ihr Handgepäck, sowie Händen, Tablets, Kameras und andere lösen Gegenstände unter Ihrem Sitz zu verstauen. Beachten Sie, dass das Händen an Bord des Volatus 2 strengst wird zuerst wollen. So schließen Sie Ihr Sicherheitsvorkehr. Und falls Sie gleich nachsehen, als die Markierung hinter Ihnen, ziehen Sie bitte den Bord durch die Schleife. Schließlich ziehen Sie noch an der gelben Flasche, damit unser charmantes Kabinenpersonal sieht, dass Ihr Sicherheitsvorkehr geschlossen wird. So, jetzt sind Sie bereit, loszupflegen. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Aufenthalt an Bord und eine Atemblombeinung. Es läuft in Eumelsteins! Eumelsteins!